Wir sind gerade in Bucharest gekommen. Wir sind direkt an die Location gekommen. Wir haben fast genug Platz für alle Leute, die kommen. Ich denke, wir können alle in die Leute fit. Jetzt geht's zum Office von 2029 und treffen Olivia und Andrada. Wir sind alle sehr gespannt. Aber es läuft sehr gut bis jetzt und kann so weitergehen auf jeden Fall. Mein Name ist Olivia Campian und ich bin Gymnast und ich bin froh, dass ich hier ein Teil dieser Produktion bin. Sieht doch mega aus hier. Die Mädels geben Gas. Unglaublich. Olivia und Andrada. Es wird krass. Seid gespannt. Wir drehen gleich die erste Szene von dem neuen Robin Schulz Video. Wir drehen eine emotionale Szene, wie eine der Turnerinnen auf der Bank sitzt und weint und muss gleich wieder auf die Mathe für die nächste Übung. Ich bin Daniel und ich spiele den Trainer für meine Studenten, Olivia. Was ich sehr liebte, ist, dass ihr mich nicht hört. Das war die erste Szene für Olivia. Vielen Dank. Guten Morgen. Sechs Uhr hier am Set. Tag zwei. Hier wird schon richtig rumgerödelt. Die Trucks fahren ein. Es gibt leckeres rumänisches Frühstück. Wir gehen gleich mal zu den Mädels in die Umkleidekabine und gucken, ob die schon ready sind. Und dann geht's los. Erster Schuss. Olivia macht sich schon warm. Ihre Mädels sind am Start. Trainer ist am Start. Und gleich wird Akrobatik-Action gemacht. Das sieht ungefähr so aus. Der Kran ist größer als ich dachte. Demi hat gesagt, das ist so ein Popelkran. Aber ich finde den ganz schön groß, ehrlich gesagt. Wir spielen mit zwei Teams. Einmal mit dem gelben Team. Einmal mit dem roten Kran. Mit der Steadicam. Einmal mit dem Easy Rig. Los geht's los. Los geht's los. Hallo. Wir sind gut. Wir wollen nur dich telefonieren und wünschen dir gute Glück. Und wir können nicht erwarten, dass du das Video sehen kannst. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben alles im Kasten. Es hat alles wunderbar geklappt. Die Mädels haben unglaublich performt. Das war echt Wahnsinn. Wir drehen jetzt noch hier die Parkplatzsäne. Noch einen coolen Shot mit dem Kran. Und danach drehen wir wirklich den Schluss. Und es gibt noch ein kleines Happy End. Gleich haben wir es geschafft. Gleich ist durch. Und dann gibt es eine Limonade für alle. Es war ein sehr langer Tag. Und diese zwei wunderschöne, talentierten Athleten haben es einfach möglich, dass wir eine wunderschöne Videoschute hatten. Wir sind komplett überrascht. Und es ist ein großer Applaus für diese beiden Frauen. Wir haben es. Meine Damen und Herren, das ist ein Wrapp. Wohooo. Das ist ein Wrapp.